Wir sind zu Hause! Lucy, hast du dieses Schiff schon mal gesehen? Sieht sehr nach Narnia aus, findest du nicht? Was ist hier los? Edmund, das Gemälde! Nein, das ist doch schon falsch! Ah! Edmund! Begrüßt unsere Schiffsbrüche gegen den König und die Königin von Narnia! Wipichi! Eure Majestät! Wo bin ich hier, verflick's nochmal! Du bist auf der Morgenhäute! Hab ich was Falsches gesagt? Nach dem Meisterwerk von C.S. Lewis... Aslan! Ihr seid von weit her gekommen, aber euer Abenteuer beginnt erst. Zieh nur! Reisende aus Narnia, ich weise euch den Weg! Du bist wunderschön! Ich kann gern meine Gestalt verändern, falls euch das zu sehr ablenkt! Nein! Da ist die Ursache eures Missgeschicks! Du meinst eine Hexe? Etwas weitaus Mächtigeres als eine Hexe! Es kann dieser Welt das Licht stehlen! Was können wir dagegen machen? Das Schwert, das du trägst, muss an Aslans steinernem Tisch niedergelegt werden. Nur so wird die wahre Macht freigesetzt! Ihr alle müsst euch einer Prüfung unterziehen! Edmund! Komm mit mir! Ich kann dich zum König machen und vieles mehr! Mein König! Nein! Edmund! Auf zu unserem Schicksal! Was glaubt ihr, was da drin ist? Dinge, die man sich kaum vorzustellen vermag. Das Schicksal von Narnia liegt in eurer Hand. Sieg Puhsen, die man sich nicht verlieren! Der Arz! Die Kloske ist schick! Die Kloske ist schick! Sieg Puhsen, sieg Puhsen, siegääb! Die Chroniken von Narnia. Die Reise auf der Morgenröte. Ab Weihnachten im Kino. Ab Weihnachten im Kino.